So, 3, 2, 1. So, 3, 2, 1. So, 3, 2, 1. Und wir spielen Himmelsstempel, die neue Map, die voll krass ist. Und da möge der Trash beginnen. Und ich hab bevor schon gedacht. Aber dann dachte ich mir. Alter! Wie geht das nochmal? Ach ja, man muss ja Gas geben. Ich bin schon weggegangen. Wie geht das nochmal? Aber nach hinten drücken. Und nicht vergessen, in der Luft könnt ihr auch steuern, wa? Ach ja. Oh mein Gott. Aua. Ich hab mir gerade Tee gekocht. Seid ihr eher so Fraktion Herzkirsche oder eher Fraktion Französische Pflaume? Was ist denn Herzkirsche? Herzkirsche, das nenn ich immer Küsschentee bei meiner Mama. Ich finde Französische Pflaume, ich bin ganz ehrlich, ich komme aus Wezel. Da heißt es was ganz anderes. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist denn Französische Pflaume? Ja genau, Französische Pflaume ist bei mir was ganz anderes. Ist das nicht ne Evangelische Kirche? Quasi. Im Club Rosé wird es ne Französische Pflaume bekommen. Da ist ein Loch. Jay, siehst du nicht das Loch? Es ist riesig. Für Jay ist Loch Loch. Es ist doch wichtig, in welcher Reihenfolge mal ins Spiel kommt, ne? Ja, das ist mir egal. Okay. Man konnte irgendwas mit Leertasten und so machen. Ich hab Herzkirsche jetzt. Warum bist du denn vor mir denn? Ich bin Gamer Girl. Wow, 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 wow. Oh nein, scheiße. Gamer Girl. Erschissen. Wie fliegt diese Scheiße? Oh. Man will ja auch weniger Schläge haben, ne? Absolut korrekt. Und du musst schnell da sein. Mann, ich kann das nicht. So nämlich. Oh Gott. Bin ich zweier. Easy. Sehr gut. Sehr gut. Alter, wer hat das in vier gemacht? Das war richtig stark. Oha, echt so. Und als erster. So nämlich. Das ist schon sexuell. Wer hat das schon gespielt? Ja, ich hab das schon dreimal durchgespielt. Ich hab Platin Trophäe. Set. Go. Okay. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Sonja. Oh mein Gott, ich bin da hinten. Sonja. Ja. Wir spielen jetzt ein Spiel. Braben. Warte. Stück Scheiße. Okay. Oh mein Gott, war viel zu langsam. Wie springt man denn noch? Oh mein Gott. Kann man nicht springen? Nein, man kann nicht springen. Oh mein Gott. Nee, ich will nicht mehr mitspielen. Was ist das? Komm auch nicht vor. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Warte. Dieses Spiel parkt rum wie Scheiße. Oh, ich sitze grad auch richtig scheiße. Ja, gar kein Problem. Rein. Bullshit. Bullshit. Erster. Oh mein Gott, ich bin komplett. Oh ja, komm Jay, ab in die französische Pflaume. Nein. Ihr seid echte Ferkel. Ja, und deswegen. Ich hab hier nur nach einem Tee gefragt. Hey, Herzchen Tee. Französische Pflaume. Alles super. Herzkirsche oder französische Pflaume seid. Ich find die französische Pflaume, die schmeckt noch richtig. Die hat noch Geschmack. Die hat noch richtig Geschmack. Niemand trinkt sowas. Niemand trinkt sowas. Die hat wirklich Geschmack. Wie keiner trinkt sowas. Ja klar hat französische Pflaume Geschmack. Ich darf nicht mehr so viel Cola Zero trinken. Warum? Warum? Weil meine Zähne schlecht werden, wird mir gesagt. Auf lange Sicht. Aber Cola normal. Wegen der bösen Phosphorsäure. Mit deinem Strohhalm trinken. Ja, das trinke ich schon seit Jahren. Ja stimmt, wenn du so einen Katheter in deinen Hals kommst. Ja. Ich fühle das jetzt immer über die Harnrohre rein, aber das geht auch nicht. Ja. Ja. Das ist doch belastend. Sein Vater. Oh mein Gott, ich hasse alles an dem Spiel. Ehrlich. Du wolltest das spielen. Wir wollen das kurz erzählen. Wir wollen das kurz erzählen. Wir wollen das andere spielen. Also ja, das wollte ich grad sagen. Ja, aber ich kann das andere nicht. Ich bin drin. Oh mein Gott. Los Sonja. Los. Ja, ich komm noch. Los. Nein. Ich brauche mal ein bisschen länger zum Kommen. Ja. Lustig mein Schuss. Ich finde, ihr solltet da mal mit einem guten Beispiel vorangehen. Einfach mal so ein Tutorial machen. How to come. How to come. How to come und Twitch. Okay. Da würde ich mich mal wundern, dass das bald kommt. Aber in der Kunstkategorie nur. Ja. Das ist aber schlecht, Bram. Ey, 13 Mal. Das ist schon bad. Ja, das ist richtig. Das ist schon richtig bad von dir jetzt gewesen. Ey, ich bin ja gar nicht die Schlechteste. Warum hab ich denn die meisten Punkte? Es ist doch gut, wenn du die meisten Punkte hast. Nee, hab ich jetzt nicht gut, du blöde Kur. Blöde Kur. Jetzt bin ich zu früh gestartet. Ey, das ist doch scheiße. Ich finde das ganz gut. Na rein jetzt. Blub, 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 blub. Nein, nein. Kommen wir ja wohl in einmal hoch, oder? Nee, kommen wir nicht. Was ist? Ich bin drüber gesprungen. Bullshit. 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 Das klappt nicht. Oh, Jen. Oh, Jen. Also, demnächst wird auf jeden Fall dann sehen bei Milchbaum How to Come One und bei Jen How to Come Two. Wann ist das? Ich bin down. Ich komme nicht raus. Okay. Ich will nicht wieder rauskommen. Das Spiel fickt mich. Ohne Gleitgap von hinten. Das gibt es dann auch in einem Combo-Stream. Der Stream fickt mich. Mann! Der schreit da nicht immer so. Ich finde das echt unangenehm. Du bist doch da, wo du bist. Ach. Du bist doch da, wo du bist. Sag dir so eine Scheiße. Mann, das war richtig kacke, die Runde. Ich fand die gut. Das war gut. Ja? Nee. Sag mal, das kann doch nicht sein. Du bist leider kacke. Frühstart. Jo, hatte ich auch. Passiert mir sonst auch öfter mal. Okay. Oh mein Gott. Das ist doch lächerlich alles. Das ist alles so lächerlich. Mist. Ah! Was ist das für ein Drecks-Game? Das geht nicht! Ich bin drin. Ja, das ist gut für dich. Oh, ich... Nee. Ich geb auf. Lass uns nochmal neu anfangen. Scheiße, ich bin inter-gender. Das ist doch peinlich. Das ist schon echt unangenehm. Und du spielst länger als ich, Videospieler. Das ist alles unangenehm. Ich will Uno spielen. Halt dein Maule! Ich will Uno spielen. Du hast das vorgeschlagen. Ich hab das nicht vorgeschlagen. Ich hab nur dann am Ende, als es hieß Golfen, das Golf vorgeschlagen. Ja, das mein ich ja. Du hättest ja... Du kannst auch in der Luft schlagen, wa? Ja, aber es geht best! Du musst dann fester schlagen. Das ist so ein koordinatives Ding. Alter, 20 Schläger ist schon unangenehm. Halt dein Maul! Das ist schon räulig, ne? Oh, Alter. Guck mal, dafür bist du die Erste mit drei Buchstaben. Ja, DNF. Guck, der Erste will. Do not fuck. Do not fuck, ja. Ready? Set, go! Nein! Milchbaum hat mich gebumst! Ja. Das hat sich gut angefühlt. Das ist aber richtig gelassen. Nein! Aber ich bin nicht gekommen. Ich auch nicht! Alter, was zum Glück ist denn hier los? Es tut jetzt schon wieder alles weh. Alter! Als wenn ich von sowas kleinem Dreck komme, ey. Was zur Hölle? Was? Wohin? Es geht um Sex. Ich bin drin. Wo muss man hin? Nein, ein Jin, als wenn du jetzt noch vor mir drin bist. Eeeeeeeeeeeeee. Ach, du bist doch räulig, ey. Eeeeeeeeeee. Ja. Was? Ich muss das Loch auch treffen, du? Das ist immer wichtig, generell so im Leben. Licherlich. Guck mal, 8 Schläge, Jin. Spichere mich weg. Dafür hab ich den höchsten Lochcount, ja? Oh, zu früh. Oh nein. Ich hasse dieses Spiel. So rein. Weißt du? Oh, ja. Oh, meine Fresse. Kann nicht wahr sein, als mir das gerade passiert ist. Muss man da nochmal schlagen? Oh Gott, ich brauche einen besseren Loch-Count. Bullshit! Nein! Ich kann das nicht. Das macht alles keinen Sinn. Ihr wolltet golfen. Ich habe nur gesagt, dann halt Golfgang. Ich habe Golfgang noch nie gespielt. Gangbang, Golfgang, ich verstehe das ja. Golfgang ist so ein Kack-Game. Warum? Wieso? Golfgang, Golfgang, Gangbang. Alles mit Gang ist super. Gang-Gang, Gang-Gang. Gang-Gang. Mmh, Candy, so delicious. Thank you for the Rose. Thank you for the Rose. Nein, haupt damit! Oh mein Gott, das ist so. Thank you for the Rose. Alter, diese NPC-Streams, ich habe mir letztens einen angeguckt, aus Versehen bin ich da hängen geblieben. Ich dachte, ich war wirklich so, ich bin da so hängen geblieben, dachte mir so, wie hängen geblieben ist der? Ja, das war wirklich alles, boah, alles belastend. Ich würde es da auf Twitch machen. Ja. Oh nein, ich bin so dumm. Das ist lächerlich. Irgendwem habe ich da angebumst, ey, das kann nicht wahr sein. Ja, ich glaube ich. Toll. Irgendwem habe ich da angebumst. Ah! Ja. Diese Musik ist so entspannt. Ich habe gar keine Musik zum Glück. Ja? Ich bin voll relaxing. Einstellung? Audio? Es gibt Musik. Ja. Okay, ganz ehrlich, ich lasse die Musik jetzt aus, damit die eingeblendet, damit die weiterhin im Cut eingeblendet werden kann. Weil die macht aber so Stimmung. Ja, die macht genauso Stimmung wie ein NPC-Stream. Boah, das ist richtig geil. Gibt demnächst ein NPC-Stream. Gang, gang. Mit Jen und Milchbaum bei einem von den beiden auf dem Kanal. Das ist ein NPC-Stream. Gang, gang. Hä? Du bist so ein Boomer, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, erklärt mir das doch. Na ja, da ist jemand vor der Kamera und immer wenn so Subs kommen, dann kommen Thank you for the sub. Thank you for the sub. Oh, a sub. Und genau, und du spielst halt ein NPC. Und die Person ist dann da nackt. Was? In der Regel. Nein. Also ich weiß nicht, ob die in der Regel nackt sind, ja, aber normalerweise sind die es zumindest nicht. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Ist halt Twitch, äh, ist halt nicht Twitch, ist halt TikTok, ne? Warum sollte man dann das haben? Achso, dann ist TikTok. Ja, keine Ahnung. So ein Spur habe ich nicht. Ich habe nicht gesehen, dass es da lang geht. So ein Spur. Wieso bin ich jetzt, als ob ich jetzt wieder zurück bin. Same. Ja. Ich habe versucht einmal an die Mitte. So, Jen lutscht ihn. Oh, nee. Nee. Komm, Jay. Ja, das ist mir egal. Oh, dann geht's runter. Jen, du kannst bitte noch ein paar brauchen. Komm, Jay, beeil dich mal. Oh, ich kann das nicht. Jetzt hinter dir. Äh, du hast doch extra gewartet. Warum, warum, warum? Danke, Jen. Warum, warum, warum? Das Ziel ist hinter dir. Du musst in der Luft was tun. Das wusste ich doch nicht. Mann, ich war ja gerade das erste Mal. Okay, wir sehen, Sonja. Schlag 13. Ach, 22 Sekunden. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall sehr feiern, wenn ihr so ein Kombi, also, ich kündige das hier mit an, dass es bei Milchbau und bei Jen machen die einen Kombi-MPC-Stream auf Twitch. Oh, Gottes Willen. Und zwar stehen die nebeneinander, auch, die treffen sich und machen das dann. Und das läuft dann über Bits. Was kriegen wir dafür? Ja, die kriegt halt die Bits. Die Bits. Ja, oder die Subs und die Donos. Ja. Dann lasst ihr euch auch eine geile Performance einfach einfach so auf 5-Euro-Donations. Im Pool. Das ist so genau so. Nee, muss nicht im Pool sein. Muss einfach nur möglichst dumm sein. Dann gibt's so, für eine 5-Euro-Dono aufwärts gibt's auch so eine 30-Sekunden-Performance hier im Macht. 30 Sekunden für 5 Euro sagen wir mal, wo sind wir denn hier? Ja, ich weiß. Normalerweise. Also, Scheiße, ich bin so ein Lappen. Ich habe mal einen Yoga-Stream gemacht, habe ich gepumst. Ja, das stimmt. Oder der Sportstream, wo ich hier gesagt habe, du musst aber deine sexy Sachen anziehen. Ja, ich musste mich extra eng anziehen. Ja. Kannst du alles für immer? Nee. Lol. Nee. Nee. Was ist das hier? Ich verstehe das nicht. Deine bewegen sich. Alter. Ich gehe vorher rein. Ja, aber warum ist denn Jen... Nein, 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 nein. Mann, ich habe nie Konkurrenz in irgendwelchen Spielen. Halt mich fest. Dafür in den echten Spielen. In das Leben. Wie zum Beispiel Kart, Minigolf oder alles andere, was physisch ist. Jen, wie schlecht bist du bei PUBG? Ich bin sehr gut in PUBG. Ja, du bist voll kacke, bestimmt. Alter. Klar. Ich habe doch kein Wasserspiel nie gespielt. Bist du doof? Ich habe PUBG-Soul angespielt. Alter, Einladung geht hiermit offiziell raus. Ja, gut. Ganz bestimmt. Ihr habt doch keine Ahnung. Aber das ist okay, weil dann sind wir nicht in einem Channel. Das ist richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich will das auch nicht die ganze Zeit anhören. Oh mein Gott. Das ist elementar für meine Psyche. Das verstehe ich nicht. Mann, Mann. Mann, Mann, geht weg da. Oh. Eviciii! Ja, hast du nur verdient. Wo muss man denn hier lang? Ja, ich bin auch hier hinterher. Waren wir doch schon? Wohin müssen wir? Ich habe keine Ahnung. Na, immer gerade aus. Oh mein Gott. Ich bin so mies, ne? Ich bin so mies. 13 Schläge. Ja, war ich schon. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ich bin einfach falsch abgebogen im Leben. Aber auf Milchbomben ist Verlass. Okay, also ja, hier dann Einladung für Puppsys auf jeden Fall rauszuhenden, ne? Gut, machen wir mal. Und wenn ich dir dann reulich einen Headshot drücke aus dem Busch, weißt du Bescheid. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ich mache nicht so große Ansagen. Ja, ich mache hier eine Riesenansage. Ja, ich mache hier eine Riesenansage. Dass ich dich komplett wegschäfe. Mach mal. Aber du kannst doch Puppsys auch nicht. Dann besser als alle Anwesenden im Channel hier. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich hatte damals Puppsys Partner. Ja. Das stimmt. Ja, aber jetzt nicht mehr. Und das spricht ja eigentlich für sich, ne? Das heißt nicht mehr Spiel. Da hätte man rechts abbiegen müssen. Aber da bin ich nicht so gut drin. Bullshit. Wuhu! Wuhu! Blup. 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 Oh, ich ganz ehrlich. Das ist auch voll die schwere Map. Das ist richtig. Das ist die schwerste Map, die es gab. Ja, keiner hat gesagt, wir sollen die schwerste Map, die es gab, spielen. Du hast gesagt vorher, ich bin so gut in dem Spiel. Nimm bitte die schwerste Map, die es gibt. Ich habe davor ganz andere Dinge gesagt. Nein, der geht da nicht durch. Wieso habe ich denn schon anscheinend die Schläge? Ja, ich bin auch raus. Och. DNF. Nicht ins Ziel geschafft. Ich raffe hier gar nichts. Als wenn sie das gemacht hat. Ja, weil die immer so manchmal Glück hat. Und dann tut die so, als sei das so ihr Können. Es ist immer so. Oder ich weiß, dass sie bei den Freuds geschummelt hat. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es im Video. Ich schummel immer, ja. Ich habe auch jetzt geschummelt. Hast du geschummelt? Ich spiele eigentlich gar nicht. Ich habe hier was für mich gespielt. Ja, ich glaube dir dazu. Du zeigst halt dein Face nur. Und in Wahrheit. Ja, der PC ist ganz woanders, ja. In Wahrheit sitzt da irgendwie Harry, 35. Pro in jedem Game. Ja. Bei Jen ist die am PC Verbissene und ich bin die Real-Life Verbissene. So. Damit kann ich leben. Klack mich erstmal beim Carpap. Ja, rein. Ach, schade. So nicht. Hast du gedacht, ne? Oh Mann, das meiner Flickscheiß ist kaputt. Also ich finde, das Spiel macht sehr viel Spaß. Ja, das Spiel, ich misse grundsätzlich, sind alle Spiele in der Kombination mit euch beiden erstmal die Hölle. Warum? Also ich finde, wir sind relativ ruhig. Ja, das ist richtig. Aber der Termin mit euch ist auch bei mir im Kalender eingetragen als Horroraufnahme. Gar nicht. Ich finde, wir sollten mal fünf Aufnahmen hintereinander machen. Ja. Können wir nicht so einen Acht-Stunden-Aufnahmetag mal machen? Können wir. Also da bin ich raus, Alter. Ja, guck mal. Bram hat mir letztens erzählt, dass er gerne mal 24-Stunden-Stream mit euch zwei machen würde. Ja, lasst uns das machen. Ich mache auch gern 24-Stunden-Stream. Aber nur mit Schlafen. Nee, ohne Schlafen. Können wir dann auch bitte einen NPC-Stream dabei machen? Wenn nicht, sehe ich uns da. Ey, lass uns das machen. Ich sehe uns da wirklich. Lass dich doch gar nicht so von Jen abziehen, Bram. Ja, genau. Lass dich nicht so von mir abziehen. Das hier wird jetzt meine Runde. Okay. Ah, komm schon. Egal. Denken meine Nachbarn? Ach, egal. Let's go. Ach, nur fünf Schläge. Ach, sieben Schläge. Oh mein Gott. Okay, aber dann machen wir einen NPC-Stream. Aber dann möchte ich wirklich eine geile Performance haben. Boah, Alter. Okay. Machen wir dann so zwei Stunden oder so. Komm ich mit der rum. Oh mein Gott. Okay. Und dann gönnen wir uns richtig. Und du willst wirklich so ein NPC-Stream mal machen, oder? Ja, ich will das wirklich mal machen. Dann machen wir das zusammen und dann richtig räudig gönnen wir uns dann auch die Euros damit und so. Also wir ziehen richtig auch richtig fadig richtig ab. Aber wer zahlt dafür? Ich raff das nicht. Ja, gut, da werden ja eher die Leute wegen Troll bezahlen. So, das ist ja so ein... Oh, nee. Oh, ja. Wegen Troll? Ey, fünf! Aber warum Troll ich denn, wenn ich da einem komplett langweiligen Stream zugucke und dann Geldballer? Ja, aber das ist für viele lustig. Ja, das ist halt eine andere Form von Humor. Alter, ich verstehe wirklich die Klischeebe. Humor ist ein ganz komisches Ding. Ja. Danke. Gerne. Scholl. Scholz. Wo Scholz, Alter? Bullshit. Ah! Ah! Mann, oh, ich habe auch nie Glück. Ciao. Ach, bin schon drin. Ah, ja, das... Keine Herausforderung. Ich darf nichts dazu sagen. Ich werde dafür verurteilt. Ich will nur böse Sachen sagen. Alter, Mann. Können wir nicht mal so ein Vorverurteilungs-ohne-Stream machen? Ein Verurteilungs-ohne-Stream? Was ist das denn? Ohne Verurteilung. Möchtest du, ich will einfach sagen, was ich denke? Ja. Nee, die waren nicht. Ja gut, wir gegenseitig verurteilen uns ja nicht. Das waren ja, wenn die Zuschauer... Nee, die sagen dann immer, boah, Daniels, du bist viel zu hart mit denen. Sei doch mal ein bisschen nett zu denen. Ja, ich bin zu... Ja, und ich denke mir so, die können auch mal nett zu mir sein. Ey, die sind mega nett zu dir, die zwei. Echt? Bin ich jetzt schon ganz schön frech von dir. Ah, müde. Oh, gut. Ich kann das nicht. Alter, ich raff das nicht. Ich bin hier wieder zurückgesprungen irgendwo. Kann nicht wahr sein. Also, ich bin drin. Du bist so eine richtige, richtige französische Pflaume, ne? Schmeckt lecker. Ja, glaube ich dir. So eine Überreife aber auch. Nein, die schmeckt wirklich lecker. Ja, Jen hat gewonnen. Oh, Mann, Alter. Ja, ich weiß. Noch älter als du. Ich hab wenigstens keinen Leistungsdruck. Ich weiß, dass ich eh hinten bleiben werde. Ach, Jen. Das ist aber auch ein schönes Bild. Da ist ja dort Face dabei, Alter. Alles daran ist fräglich. Okay. Falscher Button. Das wollte ich machen. Oh, gut. Schön. Ja, das war... Ganz ehrlich, ihr kriegt nicht die Promotion. von mir, das hochzuladen. Ja, okay. Gar kein Problem. Ich bedanke mich vielmals für das Zuschauen. Guckt auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Wenn ihr Unterhaltung haben wolltet. Die machen demnächst einen NPC-Stream. Und die machen auch nochmal einen Yoga-Stream zusammen, wo Jen dann sich extra sexy anzieht. Und Milchbaum dann so einen Sack trägt. Einfach nur so einen Müllsack. Weißt du, selbst einen Müllsack würde man meine heftigen Kurven sehen, weil ich einfach so heftig meinen Arsch trainiert habe. Du weißt es nicht. Okay. Doch, folgt Mischbaum auf Instagram, weil da könnt ihr sehen, wie heftig sie ihre... Ich habe manchmal auch bauchfrei. Genau, folgt auch Jenny direkt manchmal bauchfrei. Sehr gut. Noch irgendwas? Folgt auch Jay für alte französische Pflaumen. Ich glaube, bis dahin. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss.